Ich wünsche mir von Deutschland, dass es ein Land ist, was offen ist für neue Ideen, was mit Kraft nach vorn geht. Wir haben dieses Land nach 1945 und auch nach 1989 aufgebaut, mit Freiheit, mit Kreativität, mit klugen Gedanken. Darum muss es auch in Zukunft gehen. Lassen Sie uns investieren in Forschung und Entwicklung, in eine gute Bildung. Lassen Sie uns miteinander leistungsbereit sein und uns um einander kümmern. Wir müssen solidarisch sein in den Dörfern, in den Städten. Das ist das, was dieses Land in den vergangenen Jahrzehnten ausgemacht hat. Darum geht es auch in der Zukunft. Natürlich, die Internationalität wird eine große Rolle spielen. Diese Verflechtung, dass wir produzieren und in andere Regionen unsere Produkte liefert haben, das hat Deutschland stark gemacht. Darum muss es auch in der Zukunft gehen. Aber ich wünsche mir auch Verantwortung für die Länder in Afrika, in Asien, dass wir mit Entwicklungshilfe helfen, Klimawandel aufzuhalten beispielsweise. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.